Servus und Hallo zu Unbound World Support. In der letzten Folge haben wir die vier Kristalle eingesammelt und jetzt fahren wir Aufzug. Dann können wir wahrscheinlich endlich den grünen Kristall aufsammeln. Lange Aufzugfahrt. Die Fähigkeit mit der Zeit, die finde ich super. Ja, wo bin ich? Ja, ich komme direkt hin. Wort des Wissens. Okay, hier muss ich hin. Teleportieren geht schon wieder nimmer. Großartig. Muss ich das Spiel neu starten. Zurück zum absoluten bugfreien Unbound World Apart. Weiter geht's. Ähm, wo muss ich hin? Ich wollte mich hier teleportieren, das ging vorher nicht. Jetzt geht's wieder nach dem Neustarten. So, und ich muss zu dem Typen da. Für den ihr die zwei grünen Kristalle eingesammelt habt. Hat hier. Hier bist du. Das ist besser gemacht. Ja, und so weiter und so fort. Ja, und was bekommen jetzt von dir dafür? Vom Tor auf dich warten. Was passiert? Oh, der ist explodiert. Ah, da ist er. Der Dunkelheit trotzdem. Neue Quest. Wo ist die neue Quest? Da hier rüben. Okay. Dann erstmal wieder hier hin teleportieren. Okay. Du bist kein Questgeber, oder? Nein. Runter und rechts. Ah, da wo ich vorher nicht weiterkomme. Alles klar. Ja. 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 Da komme ich immer noch nicht weiter. Vielleicht hätte ich... Muss ich da weiter runter. Aber geht ja nicht, oder? Äh, geht's links noch weiter runter? Vielleicht. Ja. Ja, da komme ich nicht her. So. So. Ja. Ja, hier geht's runter. Ups. Ja. 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 Ohne Dash. Kein Schoß da. So. Wohin? Links oder rechts? Keine. Gehen wir mal da hin. Ups. War nicht so gut. Okay. 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 Ja. Alles klar. Okay. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Ah, der letzte Teleporter ist da oben. Ach, scheiße. Ne, erstmal wieder zurück. Aber da, das ist mir zu stressig jetzt. So, dann ging es. War einer hier unten. Ah, hier ist er. Okay. Wird schon passen. Hier ist der Teleporter ebenfalls aktiviert. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Hätte ich den mal vorher aktiviert, ne? Was? Ja, aber ich kann ja immer keine Fähigkeiten nutzen. Da kommen die wieder zurück. Großartig. Spring, dash, springen. Kein Schoß. Ah, hier. Okay. Aber ich muss da rüber. Okay. Und jetzt da runter. Okay. 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 Jawohl. Jawohl. So, da muss ich aber hin. Du bist es auch bloß wieder so blöder Dorfbewohner. Genau. Okay. da sind wir da oben immer wenn man konzentriert ist sagt man halt wenig vollkommen dumm ok das ist wild das ist echt wild hier hoch ja klar den moment wort auf geht quasi das erreicht mir nicht ok ok das fällt runter wenn er wenn er runter wird doppelsprung ist halt also wann macht denn dann macht er nicht jetzt konnte ich komischerweise keine mehr machen obwohl die blöde idee ok in der nächsten folge geht es weiter ich habe es ordentlich zusammengeschnitten macht aber nichts es ist halt die steuerung ist halt so ein bisschen und das nervt bei so einem spiel musste es einfach funktionieren und hier um vier von den würmer sind es natürlich wieder das war dumm habe ich schon gemerkt beim losspringen das war das war Jawoll. Huch. So, und jetzt hier den letzten Kristall holen. Okay. Für Details. Wo muss ich hin? Hier hin. Oha. Okay, wir kommen da hin. Wo ist denn das? Hier am anderen Ende. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es euch zusammengeschnitten habe. Hier, machen wir da noch auf. Und dann kann ich da durchgehen. Ähm, ich glaube, ihr habt es nur zum anderen dazugeschnitten. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.